Wir haben hier draußen etwas gefunden. Etwas, das möglicherweise nur Sie verstehen. Oh mein Gott. Ich habe 20 Jahre damit verbracht, uns darauf vorzubereiten. Aber das wird nicht genügen. Ich sehe Sie in meinen Träumen. Sie kommen wieder zurück. Heute werden Sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen. Nicht etwa gegen Führerlei, Verfolgung oder Unterdrückung. Sondern gegen unsere Vernichtung. Und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag halten. Sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. Wir werden nicht ohne zu kämpfen untergehen. Nach links! Wir werden überleben. Wir werden weiterleben. Heute feiern Sie gemeinsam. Und wir werden... Das ist definitiv... Die größer als das letzte Mal. Wir werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.